Hörst du das? Das ist dann, wenn das Blatt so kurz vor dem Reißen ist. Das kann passieren, dass es irgendwann mal reißt. Hörst du das? Also, wir haben mit euch heute folgendes vorgepasst, erstmal einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr gerade eingeschaltet habt. Wir haben ja gesagt, ich will keine Werkzeuge mehr testen, die nicht mir gehören, haben wir gesagt. Trotzdem will ich aber euch die Werkzeuge, die wir benutzen, mal darlegen und wir haben heute mal drei Sachen, die wir eigentlich fast nicht mehr so oft, das liegt aber an unserem Aufgabenfeld, aber den fast gar nicht, aber die in unser Aufgabenfeld mit reinführen und die für Probleme bzw. Lösungen suchen können. So was. Ja? Den hab ich ja letztens über Jahre nicht mehr gewinnen. Willst du was denn? Ey, wir werden das gleich herausfinden. Der hat der Fahrer nämlich immer beim Wickel. Ich zu Hause baue Sichtschutz. So. Die Dinger werden einbetoniert. Ja? Und zwar, das sind die Halterungen dafür. Unsere Hobelmaschine, die alte, die macht ja nur 20 cm in der Höhe. Schätzen. Paul, schätz mal was im Balken wiegt. Du sagst 110. Also ich sag 110. Du sagst 80. Ich sag 82 kg. Lag's ja auch nicht so schlecht, Paul. Also so viel wie du wiegst. Aber da an die Nase hinten? Also wir reißen uns jetzt 2 m an. Jetzt hab ich überlegt, man könnte hier sowas machen. Weißt du? So? So? Weißt du? So? Auf alle Seiten? Das würde doch gut aussehen. Oder bis auf 2 Seiten? Auf 2 Seiten? Nur auf 2 Seiten, nicht auf 4, wa? Das Ding ist, wir zeichnen aber alle an. Das Problem ist, wenn du so einen Balken hast, 85 kg schwer, den hast du erstmal keine Lust auf eine Säge zu hooken. Den hast du aber auch keinen Bock durch den Hobel zu jagen und deswegen haben wir gewisse Handmaschinen, die uns da die Arbeit einfach erleichtern. Wir haben einmal die Maffel Z5. Ist das Z5 schon? Ja, oder? Kannst du mal kurz an deinem Telefon irren, was das... Z5 mit 10. Kannst du mal gucken, was das Ding gerade kostet? Ja. Das ist klar. Bei Kirchner oder Kirchner? Ja, das ist ein normaler Händler. Kostet die 5.577 Euro und 63 Euro. Ich habe dafür 3,7 Euro bezahlt damals. Und wenn du den Wagen dazu haben willst, bezahlst du schon 6 Euro? Also, die Säge mit Wagen 6.000 Euro, Paul. So, geht weiter. Doppelhobel. Wir haben ja den von Schraubenschmidt. Kann ich euch empfehlen. Ist eine gute Alternative für diverse Produkte. Aber Maffel, Balkenhobel, bist du da auch bei 3,6 oder sowas. Wir können 31 cm machen. Ja. Und? Naja, bist du bei 5.130 Euro? Nein! Ja. Also, pass auf, ohne Quatsch. Also, ohne Scheiß. Wir haben damals... Also, ich habe für den Balkenhobel von Schraubenschmidt. Der ist allerdings... Schlechter würde ich jetzt nicht mal sagen. Der ist einfacher gehalten. Warum sagen wir euch Zahlen? Damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was der ganze Spaß kostet, der hier rumsteht. Also, das ist alles immer ein Kleinwagen. Stihl MSA 220C. Habe ich Karsten gekauft. Ja. Ganz unverhofft. Und habe gesagt, hier Karsten. Damit nicht immer so viel Krach ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt relativ viel Akkusägen. Drei oder vier. Und die funktionieren wirklich gut. Also, wirklich mal schnell was ablenken. Das ist nicht... Also, für mich, nur beim Schnitzen, das ist nichts zum 10 Stunden Dauer bespaßen. Aber um mal schnell was abzusägen, ist das einwandfrei. Doch, Karlo, wenn wir besäumen und wir schneiden auf Länge, passt das. Reicht das meistens? Dafür reicht es zu. Es macht keinen Krach und es funktioniert genauso. Wir haben einen 300er Akku. Der ist zwar relativ groß und ein bisschen schwerer, aber hat halt eine schöne Standzeit. Das ist 20 Beugen und der ist nass. Ja. Das wusste ich nicht. Aber wir müssen ja auch um 15 Minuten gucken. Auf was? 15 Minuten? Ja. Videomaterial? Das ist scheißegal. Das lag vielleicht doch daran, dass er relativ nass war, oder? Mhm. So. Also, wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Ist jetzt nicht die billigste Variante, weil man muss bedenken, du musst einen Akku kaufen, du musst ein Ladegerät kaufen und so weiter und so fort. Ja. Das Geile ist bei Muffle, schaut mal, die kann man schräg stellen, die Bänder. Siehst du das? Komm her. Siehst du das? Hier ist ein Schenkel dran. Siehst du das? Mhm. Und das sorgt dafür, dass du halt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Verplattung ausschneiden möchtest, zum Beispiel, wo das in der Mitte von dem Bauteil ist, dass du da weiter reinkommst. Sonst würdest du ja automatisch mit dem Band irgendwann da reinschneiden, oder? Ja. Kannst du mir folgen? Unfair. Das Ding hat eine Schnitttiefe von 32 cm. Saugeil. So, schieb mal ein Stück her, Paul. Hörst du, hörst du, hört, also wahrscheinlich hört ihr sie auch faul, hörst du das, dieses Klacken? Hörst du das? Ja. Das ist dann, wenn das Blatt so kurz vorm Reißen ist. Weil das kann passieren, dass es jetzt reißt, irgendwann mal. Hörst du das? So, jetzt machen wir noch den winkeligen Abschnitt. Viele sagen, ja Kernholz, Kiefer, Kernholz, wird reißen. Ja, wird reißen, definitiv. Wahrscheinlich auch in viele Himmelsrichtungen. Aber Kern ist Kern. Steht halt immer. Hält am längsten. Muss man halt auch so sagen. Guck dich die ganzen alten Dachstühle an. Der Kern steht. Gerade überlegt haben beim Schneid. Hörst du das? Das Blatt ist fertig. Wir machen jetzt mal folgendes, Korsten. Wir machen jetzt mal ganz kurz ein Resümee. Was die Maschinen alle kosten, die wir gerade benutzen. Nimm dir mal einen Stift und einen Zettel. Wir haben gesagt, 6.000 Euro die Maschine. Dann haben wir, gib mal einen, SSK Balkenhobel. Wir rechnen mal mit 1.5. Sind wir bei 7.5. Bei dem Schrauben, also bei dem Hobel, der hat einen relativ hohen Anlaufstrom. Ja, also da kann es schon mal passieren, dass eine Sicherung fliegt. Eingestellt wird dieses wunderschöne Schmuckstück hier an der Seite. Ja, da kannst du eingeben, wie viel Millimeter Hub du da machen willst. Und ansonsten... Jetzt hast du einen halben Zentimeter. Also ich brauche doch einen halben Zentimeter. Ist das ein halben Zentimeter oder ist das Millimeter? Ach Millimeter. Wo ist fest? Ne, guck mal 5 Millimeter. Ich gehe jetzt jede Seite einmal drüber und dann gucken wir mal, passen wir mal ein, ob das passt. Ist mir zu wenig. Hup. Ist mir zu wenig. Hup. Hup. Hier habe ich Ehre Place classify. Man muss jetzt dazu sagen, dass Holz ist nass. Das passt schon mal drauf, aber wir haben noch ein Werkzeug, was wir euch nicht in vorenthalten wollen, was wir auch wirklich zum täglichen Gebrauch hier brauchen. Festo RAS 180E. Ein relativ großer Schleifer, aber gerade wenn du so Tischplatten hast, wenn du... Also hauptsächlich große Sachen. War Corsten? Hauptsächlich große Sachen. Also ich glaube, wir waren bei 750. Also 706, das sind wir bei 8,4. 906,78 Euro. Jetzt guckst du, was? Ich habe wirklich weniger bezahlt, Dicker. Ich habe keine 1.000 Euro dafür bezahlt. Hätte ich nie gemacht. Also plus 900. Also bei 76 plus 900 sind wir bei 8,5. Die drei Maschinen, die wir gerade benutzt haben, kosten 8.500 Euro brutto. Da musst du lange für sägen, wa? Wir haben jetzt 120er Schleifpapier. Das könnte ein bisschen scheiße werden. Also, wie gesagt, aber geiles Gerät. Hier könnt ihr auch die Geschwindigkeiten einstellen. Polieren, weiß ich nicht, ob das mit der Maschine geht. Mit Sicherheit, ganz langsame Geschwindigkeit geht mit Sicherheit auch. Das mache ich schön mit der Hand hier, schön, Per. Schön abbeizen, drüber. Jetzt könnte man noch sagen, okay, Kanten werden gebrochen. Das könnten wir morgen noch machen mit einer Oberfräse. Ganz normale Phase dran, fertig. Eine gute Oberfräse, mittlerweile auch 250, 300 Euro. Also, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, was wir alles brauchen. Also, wir haben jetzt, sag ich mal, einen kleinen Gebrauchstest gezeigt für unsere Maschinen. So lange hast du nicht auf Instagram reingeguckt? Ich verlinke dich und mache dich und Storys. Du hast ein Video, wo ist denn das? Wir hauen jetzt in den Sack alle Bäder, wo? Ja. Willst du noch was sagen? Zumindest mit dem Fahrrad jeden Fall. Karsten fährt jetzt nochmal Fahrrad. Gehen Führerschönen mehr. So verloren. So verloren. 7,8 Promille. Aber normalzustand. Normalzustand. Karsten ist so ein Begeltrinken. Merkt man mir gar nicht, gell? Nee, wo? Ist es nur hier? Versperrt, tschüss. Tschö.